Hallo 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 Ihr Lieben Schön, dass ihr hier wieder bei einem neuen Video mit dabei seid Ich wollte ein Video nur mit meinen Hack-Geräuschen machen Ich habe so ein Video, ich glaube in der Woche vom Geburtstag von ASMR quasi von ihrem einjährigen Kanal bestehen gesehen Da hat sie glaube ich ein Handsounds Video gemacht in der Zeit und ja ich wollte auch so ein Video machen und ich dachte mir warum nicht schließlich können wir mit unseren Händen einige Geräusche machen und ich wünsche euch ganz, 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 ganz viel Spaß dabei Okay Leider habe ich nicht ganz so lange Fingernägel Okay es geht dass ich noch ein wenig Nailtapping machen kann und ich glaube sie hat gesagt dass ihr Video nicht ganz so lang ist oder es war ein Video, was nicht ganz so lang ist und ich kann jetzt schon verstehen warum Leute das ist echt Sport Leute das ist echt Sport die nicht welche die diese die die Manche Menschen sind so empfindlich, ich kann das bei meinem Freund nie hier machen, der ist so kitzelig. Kitzelig, kitzelig, kitzelig. Kitzelig, kitzelig. Kitzelig, kitzelig. Bis zum nächsten Mal. Und ... Ein wenig mic scratching. Einfach nur um die Hände ein wenig auszuruhen und es nimmt sich gut an. Also warum nicht? Einfach nur ein wenig auszuruhen. Einfach nur ein wenig auszuruhen. Binabla, 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 binabla. Binabla, binabla, binabla. Leer, 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 leer Der riepult vor dem Der riepult Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Und langsam. Sammer und schneller Vielen Dank. 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 Also, ich mache das doch sehr gerne. Außerdem schaue ich mir ja selber auch diese Videos total gerne an und naja, man kann ja auch mal was zurückgeben und nicht nur nehmen. Also, ich hoffe, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und wenn es so ist, dann gib mir doch einen Daumen nach oben, darüber würde ich mich mega freuen und ansonsten sehen wir uns ganz bald bei einem neuen Video wieder. Ja, macht's gut. Bis bald, bis bald.